Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Channel. Ja Leute, es freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir machen heute eine besondere Challenge. Und zwar spielen wir heute Fortnite mit der schlechtesten Grafik überhaupt. Ich habe das in den Kommentaren gesehen. Großes Dankeschön an den Jungen, der es in die Kommentare geschrieben hat. Du bist ein Ehrenmann. Und ja, die Challenge von heute ist also mal die schlechteste Grafik einstellen, die es überhaupt gibt. Deswegen gehen wir hier mal so und machen mal so. Und schauen uns das ganze Ding mal an. Okay. Was? What the fuck, Leute? Man erkennt nicht mal das Gesicht von Renegade Raider. Oh mein Gott. Alter. Alter, wie scheiße schaut das denn aus, Leute? Das ist ja heftig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so krass wäre. Oh mein Gott. Hä, ich erkenne nicht mal... Lol. Man erkennt ja gar nichts. Okay. Leute, wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir natürlich wie immer einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll. Und schaut euch das mal an, Alter. Das schaut aus, als ob ich auf dem Handy spielen würde. Aber auf dem Handy. Mit so einem Bildschirm. Aber mit der Qualität von dem Handy. Holy shit. Meine Frames sind aber auch nicht gerade viel besser. Alter. Alter. Es schaut ja mal richtig augenkrebsmäßig aus, Leute. Schaut ja mal übelst augenkrebsmäßig aus, ey. So. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, wo ich jetzt auf diesem flackernden Punkt landen soll, was sich Map nennt. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier First Drop raus und machen vielleicht den einen oder anderen Kill. Wie soll ich da überhaupt einen Gegner auf Entfernung erkennen, frage ich mich. Das ist ja übertrieben. Leute. Das kann doch nicht normal sein hier. Meint ihr, es gibt jemanden, der spielt so? Das ist schon bitter eigentlich, ne? Ich überlege gerade, ob ich hier lande. Okay, da landet jemand. Ah, okay. Scheiß drauf. Leute, das will ich nicht challengen. Alter, wie viele Leute landen hier denn? Ich erkenne sie zwar nicht richtig, aber ich sehe die Umrisse von tausenden Spielern. Was habe ich hier für eine Waffe überhaupt? Okay, ich habe ein Sturmgewehr. Gut, dass ich nicht mal erkenne, wie viel Damage ich mache. Ich kenne zum Glück die Damage-Zahlen auswendig von den Waffen, aber... Alter, so kannst du doch nicht spielen. Ohne Spaß. So kann man nicht ernsthaft spielen, Leute. Was ist das für eine Challenge, Alter? Oh, hier irgendwo ist jemand. Über mir. Okay, unten. Lol. Easy get wrecked, boy. Was glaubst du, wer du bist? Danke für die Shotgun. Nice one. Okay. Oh mein Gott. Was, Leute, hab ich ihn bekommen? Okay. Oh mein Gott, 6 HP. Ich habe gedacht, ich bin jetzt safe tot, Mann. Holy shit, Mann. Erkennen einfach fast gar nichts, ey. Es ist so krass, Mann. Aber macht trotzdem Bock, Leute. Aber macht trotzdem Bock zu zocken. So viel kann ich schon mal zugeben. Okay, ich glaube, ich nehme die AR hier, weil... Ja, genau zielen kann ich wahrscheinlich eh nicht. Dann nehme ich hier noch die Waffe. Dann können wir vielleicht ein bisschen MLG-Action machen. Alter, ich erkenne... Sobald es irgendwie weiter als 10 Meter ist... Es ist so schwierig, was zu erkennen, weil... Es so pixelig ist. Ich spiele hier Minecraft, Alter. Was ist da denn los, Leute? So, einmal durch. Mal hier rüber gucken. Boah, da liegt ein Slurp. LOL. Ehre genommen, Junge. Aber richtig übel. Danke für den Loot. So, kurz mal das Medikit reinziehen. Ich weiß nicht, wieso ich eine Sniper überhaupt mitnehme. Ich erkenne ja eh nichts auf die Range. Aber ich kann vielleicht ein bisschen reinzoomen. Und vielleicht erkenne ich dann was. Aber nice, Mann. Ich dachte, ich bin schon längst tot, ey. So, Slurpy Derp. Und dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus, meine Freunde. Nicht wahr? Mega nice. Leute, übrigens, was ich ganz vergessen habe zu sagen, was ich irgendwie immer erwähnen muss. Denn ihr könnt mich kostenlos unterstützen, wenn ihr mich im Fortnite-Item-Shop eintragt. Einfach mit dem Creator Code Fix. Ich würde mich sehr darüber freuen. Auf Ehrenbruder Basis. Schaut mal nach, ob es noch drin steht. Und ja, ich weiß, Leute. Zurzeit gibt es irgendwie nicht so geile Sachen, die man sich im Fortnite-Shop kaufen kann. Deswegen, falls was Geiles kommt, checkt auf jeden Fall mal ab, ob ihr noch Supporter Code Fix drin habt. Würde mich sehr freuen. Das wäre wirklich eine Ehrenaktion. So, wir sind voll Schild fast. Wir sind relativ gut ausgerichtet. Ich bräuchte noch ein bisschen Reserve-Schild. Oh, Mann, ey. Schon ein bisschen Schiss, dass hier noch jemand rumhüpft und ich sehe ihn halt nicht, ne? Dann würde ich halt komplett auf Schnauze bekommen, Leute. Oh, da schießt jemand. Ich habe nicht mal gesehen, von wo. Oh, mein Gott. Oh, das ist unsichtbar. Nein. Ich hau ab, Leute. Wir sehen uns. Tschüss. Lass mich in Ruhe. Ich sehe dich nicht. Oh, scheiße, Alter. Hi, Bro. Na? Alles gut bei dir? Freut mich ja, dass du da bist, aber wir sehen uns. Lass mich in Ruhe, Junge. Mann, verpiss dich. Egal, ich werde einfach die ganze Zeit vor ihm wegfliegen. Juck mich nicht, was er macht. Er wird jetzt da landen und auf mich schießen. Ich weiß schon. Aber juck mich nicht, was du machst, Junge. Ja. Treffen muss gelernt sein, Kollege, ne? Sage ich mal an der Stelle. So, wir sehen uns, Leute. Ich muss hier abhauen. Wenn ich jetzt so einen krassen Nachteil gegen jemanden habe, da kann ich keinen Fight eingehen, Leute. Nee, nee. Leute, ich kann nicht mal richtig aus diesem Tunnel rausschauen, weil die Grafik so scheiße ist und ich nichts erkenne, was da draußen ist. Ich würde nicht mal einen Gegner sehen, wenn der jetzt hier vorne laufen würde. Okay, ich glaube, ich gehe mal hier in die Hütte rein. So, jetzt kann ich mal ganz kurz nachladen. Oh, da haben wir einen goldenen Automaten. Vielleicht bekomme ich einen Chak-Chak. Das wäre nice. Ja, Mann, Killer. Ehrenmann. Ehrenautomat. Dankeschön. Es ist so krass, Leute. Diese Grafik, sie schaut einfach aus, als ob ich mit meinem Toaster Fortnite spielen würde. Ohne Spaß, ey. Was ist denn da los, ey? Okay, ich bin wieder ready. Ready to fight. Freunde, wo seid ihr? Alter, wir sind einfach schon Top 20 jetzt. Drei Kills. Drei Kills habe ich bis jetzt. Alle in Paradise gemacht. Aber wie soll ich denn hier Gegner spotten? Das ist ja nicht mal möglich, Leute. So, ich fliege jetzt mal ein bisschen hier rüber. Vielleicht erkenne ich ja irgendwo in diesen Pixeln jemanden laufen. Aber ich bezweifle es. Dadurch, dass es so viele Pixeln sind, bewegt sich alles irgendwie so viel. Und ich erkenne keine Gegner deswegen. Das ist schon echt ein bisschen kacke. Vor allem bei so Steindenkern hier. Boah, keine Ahnung, was ich machen soll, ey. Da haben wir noch eine Kiste. Nice. Ich nehme mal das Medikit mit, save them first. Ah, da oben haben wir einen Airdrop. Vielleicht kommt da jemand hin. Lass mal zu dem Airdrop gehen hier. Gegner? Ich würde schon gerne fighten. Ich erkenne euch halt nur nicht auf die Entfernung. Von daher. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr da seid, ne? Hupt mal oder so. Oder sagt Hallo. Ich bin da. Sowas wäre ganz nice eigentlich. Oh, eine goldene Ska. Ehrenwaffe. So, mal gucken. Können wir noch einen Gegner spotten? Alter, ich habe gerade gedacht, die Seilbahnen sind Schüsse, Mann. Alter, Leute. Ich sehe einfach nichts. Ich sehe einfach gar nichts. Oh, vielleicht sollte ich mal in die Zone gehen. Da? Nein, Mann. Das ist irgendein Schlitzer, Alter. Ich denke... Oh, Mann, ey. Wer hat sich denn so eine Challenge ausgedacht, Leute? Da ist ein Ball. Ist da jemand drin? Ja, da ist jemand drin. Oh, da ist jemand oben. Nice. Okay, ich hoffe, er gibt mir nicht voll auf Schnauze. Oh, nice one. Oh, beide kein Schild mehr. Warte, hier waren Minis, ne? Wer hat die Safe Minis gehabt? Ah, goldene Snipe. Mann, wo sind die Minis da? Okay, wir sind auf jeden Fall wieder full Schild. Alter, hier oben geht gerade Action, Mann. Hier oben geht gerade richtig Action. Nein! Kack Baller, Alter. Scheiß Baller. Ja, Mann. Komm. Gott. Komm. Nice. Wir sehen uns. Nice, ich habe sogar ein Lagerfeuer. Deswegen, ich haue jetzt erstmal ab, Leute. Easy Top 10, Alter. Mit der schlechtesten Grafik in ganz Fortnite, ey. Holy shit. So, wo gehe ich am besten rein? Alter, was wir da hingebaut haben, ey. So, bin ich hier safe? Ich hoffe mal. Irgendwo ballert jemand. Okay, ich glaube, ich bin hier einigermaßen safe. Das heißt, ich kann hier ein bisschen chillen. Und mir schmackhaft mein Lagerfeuer reinziehen. Okay, nice. Wir sind wieder relativ voll. Am Schiff wird gefightet. Alter, erkenne ich ja gar nicht. Ich erkenne mal null, ey. Was ist denn das? Okay, ich weiß, dass hier... Da unten... Boah, da liegt ein Biggie, ey. Den hätte ich schon gern. Der würde mir schon sehr schmecken, sage ich mal. Komm, no risk, no fun, Leute. Wir haben ja relativ viele Mets. Von daher kann man ein bisschen Mets verwasten auch. Nice, one. Komm, komm, komm. LOL. Boah. Nein. GG, Bro. Du trappst mich nicht. Nee, nee, nee. Wenn jemand trappt, dann bin ich das, Kollege. Holy moly. Kein nice one. Alter. Will er mich einfach wegtrappen, Leute. Top 5. Hier wird gerade irgendwo hingeballert die ganze Zeit. Gönnen wir mal ganz kurz hier eine kleine Base, würde ich sagen. Oh, Profi. Boah, da unten. Ey. Ich sehe ihn nicht mal, Leute. Wenn ich dort drüber gucke, ich sehe nichts. So sehe ich ein bisschen was. Ich sehe ihn mal gar nicht. Okay, der mit dem Rocket Launcher gönnt da auf jeden Fall gut rein. Ah, schade. Läuft da hoch. Weiß nicht, ob der andere noch da drin hockt. Wahrscheinlich. Da ist der mit dem Rocket Launcher. Ah, schade. Oh Mann, es ist halt so dumm, was ich mache, dass ich hier auf Range gehe komplett. Ich sehe ja nichts, ne? Boah, kein Schild mehr. Nice one, let's go. Du kommst hier nicht weg, mein Freund. Nee, nee, nee. Hier. My high ground. Okay, die sind hier drüben irgendwie. Okay, der ist gestorben. Dann ist da einer. Ah, da. Agent Bushy also. Gut zu wissen. Da drüben ist Agent Bushmann. Toll, ich sehe hier gar nichts von ihm, ne? So, ich gehe mal mit meinem Launchpad darüber. Kann mir gut vorstellen, dass ich vielleicht gleich auch Schnauze kassiere. Aber ist nicht so schlimm. Wir haben sieben Kills gemacht. Mit der schlechtesten Grafik. Nein. Ach, komm. Nein. Oh, als ob er redeploy hat. Kein Wunder, dass er sich so hoch baut, ey. Oh, Mann, ey. Ich hasse solche Leute, Leute. Ohne Spaß. Richtig lächerlich, wie er fightet. Er baut einfach dauerhaft nur nach oben. Als ob mich das hittet. Okay, kurz chillen. Oh, shit. Ich will nicht so lange in der Luft bleiben. Aber es geht wieder aufs Schiff, Leute. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no way. Nice. One. Einen habe ich? Oh, my God. Oh, shit. Ich werde sterben. Let's go. Woo. Oh, my God, Alter. Mit der schlechtesten Grafik. Neun Kills. Hier frisst die Tomaten, du Noob. Woo. Nice, Mann. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video hier. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr meint, ja, der gute alte Fix hat es verdient, könnt ihr mich kostenlos unterstützen im Fortnite-Item-Shop mit dem Create-Account-Fix. Falls ihr mich anders unterstützen wollt, mit Merchandise oder so, checkt mal gerne die Beschreibung aus. Da findet ihr den Link zu meinem Merch. Ja, ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Lasst mir ein Like da. Und bis dann. Tschüss.